Was geht ab Leute? Willkommen zu einem neuen Video! Video! Wir sind heute zusammen hier im kleinen Weltfilm bei mir um die Ecke. Aktiviert die Glocke. Deine Glocke. Aktiviert meine Glocke. Und wir gehen jetzt in den Wald. Let's go! Jo Daniel! Sechst und halb ist dein! Hier! So! Komm! So macht man Geschäfte voll auf der Kamera! Kannst du auch noch so was sagen wie... Klappe die Sitze! War bisschen mulmig oder? Ja war bisschen mulmig nochmal bitte! Ja ich hab verstanden was du willst! Hätte ich das gewusst hätte ich noch Brust und Rückenpanzer angezogen! Ich hab's direkt wieder hier rauf üben! Ich hab's direkt wieder hier rauf üben! Dann machen wir einfach jetzt hier an die Kante... Und dann landen wir im Wasser und dann machen wir einen Cut und dann haben wir ein Bikini an! Du willst über den Bach springen ne? Du willst über den Bach springen ne? Nein! Du willst über den Bach springen ne? Ja eigentlich sind wir schon lange fertig mit dem Video aber der Thomas findet irgendwie kein Ende heute! Der tobt sich hier richtig im Wald bei mir aus! Ich glaub wir sollen jetzt da rein springen! Ich weiß zwar nicht von wo wir anfahren aber... Ja... Die Anfahrt ist doch auch doof! Das geht nicht wegen dem Baum! Ja die Anfahrt ist doch auch doof! Ja ist mir da! Das geht nicht wegen dem Baum! Da hast du Glück gehabt! Habe ich Glück gehabt! Habe ich Glück gehabt! Ja Leute das war ein kleines extra Video von dem Thomas! Spaß im Wald! Forstfreunde! Ja lasst gerne ein Abo da! Schaut doch mal bei frühen Ride vorbei! Und ja Thomas möchtest du das letzte Wort für heute? Ja ich wollte sagen mit so einer kleinen Rampe wie ich die jetzt dem Daniel mal zur Verfügung gestellt habe Kann man schon viel Spaß haben! Kann man sich auch eben selber zimmern! Muss es jetzt keine gekaufte sein! Dann kann man dann experimentieren wo man das hinstellt! Step Up Step Down! In den Hang rein! Macht richtig Bock! Oder einfach mal im Wald! So ganz blöd! Wenn die Trades alle total mockig sind dann geht auch ruhig auf die Wege! Wir dürfen alle Wege die Wanderer benutzen dürfen auch Biker benutzen! Und übt da! Off Camper Kurven fahren und sowas! Das macht sich bezahlt! Wenn die Saison anfängt seid ihr dann einfach fit! Und es macht natürlich auch noch Spaß! Spaß! Sehr viel Spaß! Abonnieren! Kommentieren! Nicht vergessen! Daumen nach oben! Wir sehen uns im nächsten Video! So! Video! So!